Hierzu ging soeben ein Halbzug des mittleren Artillerie-Raketensystems, kurz MARS, bei Unterwettendorf in Stellung. Der Raketenwerfer MARS ist ein leicht gepanzertes Wirkmittel, das durch seine Navigationsanlage, Ballistikrechner und Ladeeinrichtungen autonom einsetzbar ist. Für das Artillerie-Raketeneinsatzsystem, kurz MARS, ist der Raketenwerfer per Datenfunk in das Führungs- und Wachseinsatzsystem ADLER eingebunden. In dem Raketenwerfer MARS ist die Artillerie in der Lage, aufgrund der Raketenwerfer MARS zu erzeugen,